So, diesmal soll es gehen um Reduktionen und wir sind immer noch in der theoretischen Informatik und beschäftigen uns mit Berechenbarkeit und tatsächlich meine ich damit natürlich Reduktionen von Berechnungsproblemen oder Entscheidungsproblemen aufeinander. Das ist eine wichtige Technik in der theoretischen Informatik, die wir auch in der Komplexitätsabschätzung oder Komplexitätstheorie noch viel benutzen wollen und jetzt möchte ich sie mal einführen. Und wir kommen zurück, das sind die Videos zum Thema theoretische Informatik und Logik der TU Dresden. Und beim letzten Mal hatte ich Ihnen ja schon eine kleine Kostprobe gegeben von einem Beweis mit Reduktionen. Wir hatten gezeigt, das Halteproblem ist unentscheidbar. Das heißt, wir können nicht vorhersagen, ob ein bestimmter Algorithmus irgendwann terminiert oder in Endlosschleifen läuft. Und das hatte ich gezeigt, indem ich hier dargestellt habe, dass wenn man das doch könnte, dass man dann ein unlösbares Problem, eine unberechenbare Funktion in dem Fall berechnen könnte, ein unlösbares Problem lösen kann. Das heißt, ich habe das unlösbare Problem, die Busy-BiBa-Funktion zu berechnen, reduziert auf das Halteproblem. Und damit weiß ich, das Halteproblem muss auch unlösbar sein, sonst würde irgendwas nicht passen. Ja, das ist auch ein bisschen anders gelagert als der Beweis durch Diagonalisierung, den ich Ihnen auch gezeigt hatte im Halteproblem. Da haben wir zwar auch einen Widerspruch erzeugt, aber wir haben da kein konkretes Problem erzeugt, was man nachgewiesenermaßen nicht lösen kann. Sondern ich habe einen Algorithmus, wenn Sie so wollten, auch als Beispiel angegeben. Wenn man das Halteproblem entscheiden könnte, dann könnte man einen Algorithmus wie folgt definieren. Und so bin ich auch vorgegangen. Aber der Algorithmus hat dann nicht ein schwieriges Problem gelöst, sondern er hat stattdessen etwas getan, was an sich paradox war. Das war die Diagonalisierung. Also der Algorithmus selbst hat sich widersprüchlich verhalten aufgrund der Spezifikationen. Und dadurch konnten wir erkennen, dass es den nicht geben kann. Ja, ein bisschen was anderes. Okay, aber das hier war mit Reduktion. Und tatsächlich ist Reduktion natürlich eine sehr schöne Sache, wenn man nämlich viele Probleme kennt. Und vielleicht schon viele Probleme kennt, von denen man weiß, dass sie zum Beispiel sehr schwer sind. Dann hat man auch viele Möglichkeiten, Reduktionen anzugehen. Das heißt, je mehr man weiß, desto leichter wird es, Dinge zu reduzieren. Und das ist einer der Gründe, warum man in vielen Fällen in der theoretischen Informatik fast nur mit Reduktionen arbeitet und Dinge aufeinander reduziert, weil man eben schon so viele Probleme kennt und dann nur noch Beziehungen zwischen Problemen herstellen muss, anstatt alles von Null zu beweisen, was ganz praktisch ist. Okay, gut. Also was meinen wir jetzt konkret, wenn wir Reduktionen sagen? Und ich möchte hier nicht allzu formal werden. Ich denke, die Intuition ist gut verständlich, auch ohne, dass man die Details definiert. Die Idee ist, eine sogenannte Turing-Reduktion anzugeben. Und diese Turing-Reduktion ist allgemein so angegeben. Ein Problem P ist Turing-reduzierbar auf ein Problem Q. Das schreibe ich in Symbolen P kleiner gleich mit einem kleinen T und einem kleinen Q. Pardon, ich bin im Weg. Wenn man P mit einem Programm lösen kann, welches ein Programm Q als Unterprogramm aufrufen darf. Und Sie sehen, das ist ein bisschen informell. Ja, was soll das überhaupt heißen, Unterprogramm? Ich glaube aber, intuitiv ist es ziemlich klar, was wir meinen. Das machen wir ja in der Informatik ständig, dass wir Unterprogramme aufrufen. Und man kann, wenn man so ein Unterprogramm hätte, wenn man also ein Problem schon gelöst hat, kann man natürlich viele interessante Algorithmen bauen, mithilfe dieses Unterprogramms. Wenn man jetzt konkret sagen will, was heißt das für eine Turing-Maschine? Wie soll die nicht ein Unterprogramm aufrufen? Wie geht das überhaupt, Unterprogramme bei Turing-Maschinen? Muss man das irgendwie definieren? Dafür gibt es eine sogenannte Orakel-Maschine. Das klingt schon wieder ein bisschen mystisch und ein bisschen weit weg von der Intuition, die wir vielleicht mit Unterprogrammen heute am ehesten hätten. Aber es ist auch ganz einfach. Aber ich definiere es ja trotzdem nicht, weil es eigentlich nicht von Belang ist für uns. Okay. Beispiel, naja, so ein halbes Beispiel. Unser Beweis basiert auf einer Turing-Reduktion der Berechnung der Busy-Bever-Funktion auf das Halte-Problem. Das ist, ich sage, es ist ein halbes Beispiel. Warum? Weil natürlich, was ich hier angebe, eigentlich Entscheidungsprobleme sein sollen. Die Busy-Bever-Funktion ist eine unberechenbare Funktion, kein Entscheidungsproblem. Und ich kann die Busy-Bever-Funktion als Entscheidungsproblem aufschreiben, indem ich eine Ja-Nein-Frage stelle über den Wert. Das kann man übrigens bei allen berechenbaren Funktionen machen. Man kann sich eine interessante Ja-Nein-Frage überlegen, die man im Prinzip nur beantworten kann, wenn man den Wert berechnet hat. Und dann hat man ein Entscheidungsproblem, was im Prinzip so schwer ist wie das Berechnungsproblem. Das ist aber nicht unbedingt leicht, so eine Frage zu finden. Also wenn ich zum Beispiel frage, ist die Busy-Bever-Funktion für diesen Input größer als 5? Dann kann ich das relativ leicht entscheiden, weil ich weiß, dass die Funktion auf jeden Fall größer als 5 ist, schon für sehr kleine Werte. Das heißt, das ist jetzt keine schwierige Frage, da muss ich auch die echte Zahl nicht kennen. Aber ich könnte zum Beispiel so etwas fragen, wie ist es so, dass in der Dezimaldarstellung des Wertes der Busy-Bever-Funktion die Ziffer 7 häufiger vorkommt als die Ziffer 5? Das scheint schon eine Frage zu sein, die man nie so leicht klären kann, wenn man nicht die echte Zahl hat. Ob das im Einzelfall wirklich nicht zu klären ist, muss man sich natürlich überlegen. Aber so kann man ganz allgemein die Schwierigkeit einer Berechnung auch in die Schwierigkeit einer Entscheidung überführen. Also das wäre mal eine Idee. Okay, gut. Turing-Reduktion also in der Regel zwischen Entscheidungsproblemen. Ja, ich will also die Ausgabe erhalten, während ich, ja, oder anders, ich möchte die korrekte Ausgabe für das Entscheidungsproblem P, wie es hier in dem Fall bezeichnet ist, dadurch berechnen können, dass ich das Entscheidungsproblem für Q löse. Ja, und das könnte man natürlich genauso mit Berechnungsproblemen angeben, aber dann wäre vielleicht die Notation hier mit Problemen nicht richtig. Dann sollte man vielleicht über Funktionen sprechen. Okay, Turing-Reduktion. Beispiel. Mal noch ein richtiges Beispiel, zusätzlich zu dem halben Beispiel, was ich Ihnen schon gegeben habe. Das Nicht-Halteproblem, was ich hier mit so P-Komplement-Halt bezeichne, ist definiert, ja, wie wird es definiert sein? Es ist die Menge aller kodierten Turing-Maschinen und kodierten Wörter, sodass die Turing-Maschine nicht bei Eingabe B hält. Dieses Problem ist Turing-reduzierbar auf das Halteproblem. Wie geht das? Erstens, ich muss das Eingabeformat prüfen. Ist das überhaupt eine Kodierung? Zweitens, ich entscheide das Halteproblem. Angenommen, es ist eine Kodierung, dann kann ich das Halteproblem dafür klären. Und drittens, gebe das Gegenteil von dem aus, was das Halteproblem sagt. Wenn das Halteproblem sagt, es hält, also ja, dann gibt diese Komplement-Maschine aus, nein, also es hält nicht, nicht. Okay, damit habe ich es reduziert. Ich kann aber nicht einfach nur das Halteproblem ausführen und dann invertieren, ohne vorher das Eingabeformat zu prüfen. Warum nicht? Naja, weil so wie ich es hier definiert habe, hat das Nicht-Halteproblem und das Halteproblem die Eigenschaft, dass sie nicht komplementär zueinander sind. Also Sie sehen, es gibt bestimmte Eingaben, die in beiden diesen Sprachen nicht enthalten sind. Und das sind genau die fehlkodierten Inputs, die Turing-Maschinen, die nicht erlaubt sind oder die Strings, die keine Turing-Maschinen kodieren, wenn Sie so wollen. Und diese Eingaben würden also sowohl im Nicht-Halteproblem fehlen als auch im Halteproblem. Und das heißt, wenn ich das Halteproblem einfach nur ausführe und dann invertiere, dann habe ich in diesen Fällen das Falsche gemacht. Also ich sollte vorher erst mal prüfen, ob das Eingabeformat stimmt. Okay, analog kann man auch umgekehrt reduzieren. Wenn ich das Halteproblem auf das Nicht-Halteproblem reduzieren wollte, könnte ich das genauso machen, mit genau dem gleichen Schritt. Okay, gut. Das ist also eine einfache Reduktion. Und daraus ergibt sich unmittelbar, einfach nur aus dieser einfachen Beobachtung hier, dass das Nicht-Halteproblem ebenfalls unentscheidbar ist. Na, gut, okay. Das hätten wir jetzt wahrscheinlich auch vermutet, wenn es entscheidbar wäre. Aber genau das ist halt das, was Reduktionen bedeuten. Also das ist immer die Art von Schluss, die dahinter steht, dass man sagt, wenn das entscheidbar wäre, dann wäre ja auch das andere entscheidbar. Das ist das, was Reduktion bedeutet. Und wenn die Reduktion so trivial ist wie hier, dass man eigentlich die gleiche Frage stellt, nur ja und nein vertauscht, dann ist das natürlich leicht zu sehen. Aber es gibt auch viele Fälle, in denen die Reduktion nicht so einfach ist und sehr kompliziert aussehen kann. Man muss erst mal beweisen, dass die überhaupt stimmt. Aber wenn man das geschafft hat, dann überträgt sich die Unentscheidbarkeit direkt. Okay, Turing-Reduktion. Ich möchte Sie noch mit einem anderen unentscheidbaren Problem konfrontieren. Das ist auch nicht so schwierig, aber ein bisschen anders geartet und dadurch auch wieder ein bisschen interessant. Das ist das sogenannte Epsilon-Halteproblem. Das Epsilon-Halteproblem ist einfach die Frage, gegeben eine Turing-Maschine M, diesmal kein Input dabei, fragen wir, wird M für die leere Eingabe Epsilon, so hatten wir das leere Wort ja in der Regel geschrieben, jemals anhalten? Also das Halteproblem ohne Input ist im Prinzip das Epsilon-Halteproblem. Und es stellt sich heraus, schon das ist unentscheidbar. Man muss also nicht besonders schwierige Eingaben W nur betrachten und erst dann hat man Probleme, sondern schon mit dem leeren Wort hat man die Schwierigkeit, dass man die Entscheidung nicht algorithmisch treffen kann. Und das kann man auch schön zeigen mit Reduktion. Wie geht das? Naja, wir nehmen wieder an, es ist entscheidbar und zeigen dann, geben dann einen Algorithmus an, einen interessanten Algorithmus. Wie könnte der aussehen? Naja, dieser Algorithmus nimmt eine Turing-Maschine und ein Wort als Eingabe. Also beide Stücke diesmal. Natürlich kodiert, wenn das die Eingabe sein soll in irgendeiner Form. Und dann konstruieren wir eine neue Turing-Maschine, die ich hier MW nenne, also so wie die Turing-Maschine, die hier kam, plus das Wort als Subscript. Und diese soll zwei Schritte ausführen. Erster Schritt, man löscht das Eingabeband und füllt es mit dem Wort W. Das ist sicherlich berechenbar, ja, das könnten Sie, das würden Sie hinkriegen. Wir gehen einfach bis zum Ende des Bandes, löschen alles und dann gehen wir wieder bis zum Anfang des Bandes, den können wir uns ja markieren. Und dann schreiben wir das Wort W. Das Wort W ist hart kodiert im Quellcode dieser Turing-Maschine, sozusagen. Also das kann immer geschrieben werden. Und dann wird, nachdem das passiert ist, nachdem das Eingabeband mit W initialisiert worden ist, dann wird der Algorithmus M ausgeführt. Also die Turing-Maschine, die wir hier als Eingabe hatten, wird einfach laufen gelassen. Okay. Was wollen wir jetzt tun? Wir nehmen in diesem Algorithmus jetzt das Epsilon-Halteproblem, von dem wir hier sprachen, und entscheiden das für MW und gibt das Ergebnis aus. Also das Algorithmus erhält eine Turing-Maschine M und ein Wort W, konstruiert intern diese MW-Maschine, lässt sie aber nicht laufen, sondern prüft nur das Epsilon-Halteproblem dafür und das Ergebnis wird einfach ausgegeben. Was passiert damit? Natürlich, wenn wir das so machen, dann haben wir mit diesem Algorithmus das Halteproblem für M und W entschieden, ja? Also das heißt, das Epsilon-Halteproblem haben wir jetzt, oder das Halteproblem haben wir auf das Epsilon-Halteproblem hier reduziert, indem wir gezeigt haben, dass man schon mit Hilfe des Epsilon-Halteproblems dieses Halteproblem allgemein lösen kann. Man muss nur den Input in den Algorithmus schieben. Okay, gut, also noch ein unentscheidbares Problem, was wir hier kennen dann. Okay, jetzt können wir das mal vergleichen, was wir hier gemacht haben. Wir haben ja jetzt schon verschiedene Reduktionen und das sind ganz ähnliche Beweise gewesen. Beim Halteproblem haben wir auf die Busy-Beaver-Funktion, oh nee, haben wir die Busy-Beaver-Funktion, die Berechnung dieser Funktion reduziert. Also wir reduzieren immer von einem schwierigen Problem zu einem anderen, ja? Also wir haben von der Busy-Beaver-Funktion hin zum Halteproblem reduziert. Beim Epsilon-Halten war es das Halteproblem selbst, was wir reduziert haben. Der Algorithmus ruft natürlich eine Subroutine auf. Das Orakel, wenn man es als Turing-Maschinen-Definition so nimmt, aber wir können es uns einfach als Unterprogramm vorstellen. Diese Subroutine für das Halteproblem wird exponentiell oft aufgerufen, behaupte ich. Warum ist das so? Naja, weil es viele Maschinen gibt mit k-Zuständen. Also wenn Sie diese Zahl k als Eingabe haben, so wie wir es angenommen haben, dann müssen Sie ja viele Maschinen testen. Und für jede dieser Maschinen brauchen Sie das Halteproblem und müssen das entscheiden. Jedes Mal rufen Sie die Subroutine auf und dann wird aufgrund dieses Ergebnisses weitergerechnet. Das ist also eine typische Turing-Reduktion. Mal abgesehen davon, dass wir eben was berechnen, anstatt eine Entscheidungsfrage zu klären. Epsilon-Halteproblem war ein bisschen anders, denn beim Epsilon-Halteproblem in der letzten Reduktion, die Sie gesehen haben, rufen wir ja das Epsilon-Halteproblem immer nur genau ein einziges Mal auf. Und die Ausgabe ist auch nicht irgendeine Berechnung, die auf dieser Ausgabe der Subroutine basiert, sondern die Ausgabe ist tatsächlich das gleiche Ergebnis, das auch die Subroutine liefert. Wir invertieren nicht mal mehr. Wir sagen nicht mal mehr aus wahr wird falsch oder irgend so etwas Kleines, sondern wir geben direkt das Ergebnis der Epsilon-Halter-Routine aus. Und da steht jetzt da Turing-Reduktion mit Fragezeichen, denn natürlich ist das auch eine Turing-Reduktion. Es gibt ja keine Pflicht, dass man die Subroutine häufig aufruft oder dass man dann komplizierte Dinge mit dem Ergebnis tut. Aber wir sehen, dass das sich eigentlich anders anfühlt, was wir hier machen. Wir reduzieren nicht so sehr die Berechnung auf eine Berechnung, die diese Hilfsroutine verwendet, sondern wir reduzieren eigentlich das gesamte Problem, also den Input, auf einen anderen Input, der mit der Hilfsroutine korrekt verarbeitet werden kann. Also wir bilden eigentlich nicht mal so richtig einen neuen Algorithmus, sondern wir verändern nur die Eingabe ein wenig. Wir transformieren zum Beispiel hier dieses Paar m und w in eine Maschine mw und dann geben wir diese veränderte Eingabe einfach so an diese Epsilon-Routine weiter und verwenden das Ergebnis, ohne irgendwie noch mal etwas damit zu tun. Das ist also eine einfachere Art der Reduktion, eine stärkere Art und die hat auch einen eigenen Namen. Und zwar nennt man das Many-One-Reduktion in der Literatur. Das ist die typische Bezeichnung und ich werde diese englische Bezeichnung auch hier verwenden, weil das ist das, was man antrifft. Hier steht nochmal die Idee, im letzten Beweis verwendeten wir das Epsilon-Halteproblem nicht als Subroutine eines komplexen Programms, sondern wir formten das Halteproblem in ein neues Epsilon-Halteproblem um. So kann man das sehen. Und diese Umformung von einem Problem in ein anderes ist diese Many-One-Reduktion. Man kann das formalisieren und das ist hier definiert. Wir haben eine berechenbare totale Funktion f, die Wörter, also Ausdrücke über Sigma-Stern, auf andere Wörter abbildet. Und so eine Funktion nennt man Many-One-Reduktion von einer Sprache p auf eine Sprache q. Also wir sprechen wieder über Entscheidungsprobleme und über Mengen von Wörtern und nicht über Berechnungen hier. Und in Symbolen schreiben wir auch gern p kleiner gleich mit mq. Das ist also auch die Notation wie bei den Turing-Reduktionen, nur mit dem m hier. Und wir fordern jetzt also, dass für alle Wörter w gilt, w ist in der Sprache p genau dann, wenn die Reduktion von w in der Sprache q ist. Hier gibt es verschiedene wichtige Teile dieser Funktion, die man verstehen sollte. Zunächst einmal, die Funktion ist, diese Definition sagt, die Funktion muss total sein. Also sie ist auf allen Wörtern definiert und es ist auch die Eigenschaft, die ich hier fordere, für alle Wörter. Nicht nur für die in p und nicht nur für die in q, sondern für alle Wörter w muss gelten. Und dann haben wir diese Eigenschaft und diese Eigenschaft ist eine Äquivalenz, genau dann, wenn. Das genau dann, wenn ist einfach nur eine Art zu sagen, wenn hier wahr herauskommt, dann muss auch hier wahr herauskommen. Und umgekehrt, wenn hier falsch herauskommt, dann, nee, das ist ja das Gleiche. Ja, wenn hier wahr herauskommt, muss auch hier wahr herauskommen. Also die Ergebnisse, die ein Algorithmus, der das entscheidet, liefern würde, sind immer genau die gleichen, wie die Ergebnisse für ein Algorithmus, der das andere entscheidet. Man ist oft geneigt, das hier eine Implikation zu schreiben oder zu denken. Also einfach, weil wir ja übersetzen von w zu f von w, denken wir auch, wir hätten gern sowas wie, wenn w in p ist, dann muss auch f von w in q sein. Also das wäre nur eine Richtung, aber wir wollen wirklich beide Richtungen. Wir wollen uns verlassen können auf das Ergebnis, was wir mit der rechten Seite hier ermitteln. Weil die Idee bei der Reduktion ist natürlich, dass wir für q schon eine angenommene oder tatsächliche Lösung haben. Wir haben also einen Algorithmus, der diese Frage hier klären kann, ob f von w in q ist. Und wir wollen mithilfe dieses Algorithmus diese andere Frage klären. Und das lässt sich eben tun, wenn man die Funktion berechnen kann und man hier auf der rechten Seite eine richtige Ausgabe kriegt. Das sind Many-One-Reduktionen und die sind sehr wichtig, die spielen eine große Rolle. In der Komplexitätstheorie werden wir die auch viel verwenden, nicht nur hier für die Berechnungstheorie an sich. Okay, ich habe noch ein Beispiel für so eine Reduktion. Das ist auch recht einfach. Das ist genau das, was wir schon gesehen hatten, aber nochmal in diesem formalen Rahmenwerk hier dargestellt. Also hier haben wir wirklich eine konkrete Funktion, die eine Many-One-Reduktion für das Halteproblem auf das Epsilon-Halteproblem definieren soll. Und die Funktion wird hier so angegeben. Ich sage f von v, also das, was die Funktion bei einer Eingabe v tut, ist, entweder sie liefert zurück die Kodierung dieser Maschine mw, die wir im Beweis definiert hatten. Ja, ich hatte die beschrieben. Das ist die Maschine, die erst das Band löst, w schreibt und anschließend wie m sich verhält. Die kann man natürlich kodieren und die Funktion würde hier die Kodierung dieser Maschine ausrechnen, falls die Eingabe schon diese Form hat. Also falls sie wirklich eine Maschine kodiert und ein Wort. Falls die Eingabe dagegen nicht korrekt kodiert ist, würden wir einfach Raute ausgeben. Irgendwas, was auch nicht korrekt kodiert ist, was also die Falschheit der Eingabe erhält. Okay, und das wäre also eine Many-One-Reduktion von dem einen Problem auf das andere. Was nützt uns das, mit solchen Dingen zu arbeiten? Ja, zum einen können wir tatsächlich auch mit solchen Reduktionen natürlich Entscheidbarkeit erkennen. So wie wir es bei Turing-Reduktionen auch schon gemacht haben. Das ist hier aufgeschrieben die wesentliche Idee, wenn P Many-One auf Q reduzierbar ist und Q zusätzlich entscheidbar ist, dann ist auch P entscheidbar. Warum ist das so? Naja, weil durch diese berechenbare Funktion und die Entscheidungsprozedur für Q habe ich dann auch einen Algorithmus, der für P geht, per Definition. Okay, das ist also die Vorwärtsrichtung, wie ich das nutzen kann. Wir haben aber für unsere Unentscheidbarkeitsresultate natürlich eher den Kontrapositiv davon verwendet. Also Kontrapositiv ist immer, wenn sie statt P impliziert Q, sagen sie nicht Q impliziert nicht P. Und ich benutze hier P und Q, weil das beliebte Buchstaben sind in der Aussagenlogik und nicht etwa, weil das hier steht. Pardon. Okay, können auch H und B nehmen, für das habe ich gerade gesagt. Okay, Kontrapositiv in unserem Fall ist also die Umkehrung sozusagen, wenn dieser Teil weiterhin gilt, also wenn ich so eine Many-One-Reduktion von P auf Q habe, aber ich weiß, dass P unentscheidbar ist, also ich weiß, dass die Konklusion falsch ist, dann ist auch Q unentscheidbar. Also dann muss auch ein Teil dieser Prämisse hier falsch sein, denn sonst würde ja der obere Satz anwendbar sein und P wäre entscheidbar, was ich ja schon weiß, dass es nicht ist. Und auf die Art kann ich also die Unentscheidbarkeit von Q beweisen. Und das ist das, was wir gemacht haben. Wir haben ein schweres Problem genommen und haben es reduziert auf ein Problem, bei dem wir noch nicht so richtig wussten und haben dadurch festgestellt, dass das auch ein schweres Problem sein muss. Okay. Letzte Folie. Ich möchte nochmal vergleichen, diese beiden verschiedenen Techniken zu reduzieren. Und was man relativ leicht sehen kann, es kam auch schon in den Beispielen ja zum Ausdruck, ist, dass jede Many-One-Reduktion auch als Turing-Reduktion ausgedrückt werden kann. Die Turing-Reduktion ist im Prinzip stärker. Wie kriegt man die hier? Naja, man würde einfach diese Many-One-Reduktionsfunktion tatsächlich implementieren und dann einen Algorithmus aufschreiben, der also diese Reduktion erst berechnet und anschließend die Subroutine aufruft für das andere Problem. So ähnlich haben wir es ja in den ersten Beweisen auch immer dargestellt. Also das heißt, Sie kriegen leicht eine Turing-Maschine, die so ein Orakel verwendet, weil ja die Reduktion selbst berechenbar ist. Müssen Sie sie nur berechnen. Okay. Also Many-One-Reduktionen können als Turing-Reduktion ausgedrückt werden. Umgekehrt ist das aber nicht der Fall. Also die Turing-Reduktion ist tatsächlich echt stärker. Es gibt Probleme, P und Q, für die P auf Q Turing-Reduktion reduziert werden kann, aber P nicht auf Q Many-One reduziert werden kann. Und das ist jetzt eigentlich nur eine Beweisskizze, denn ich werde den hinteren Teil noch nicht beweisen. Das kommt erst in einem späteren Video. Wir haben bereits gesehen, dass man das Halteproblem auf das Nicht-Halteproblem Turing reduzieren kann. Das hatte ich Ihnen als Beispiel gegeben. Und da war gar nicht so viel Berechnung nötig. Wir haben auch nicht exponentiell oft die Subroutine aufgerufen. Wir haben sie einmal aufgerufen und danach das Ergebnis noch komplementiert. Und es stellt sich heraus, schon das ist mehr als eine Many-One-Reduktion leisten kann. Ich kann nicht das Halteproblem auf das Komplement vom Halteproblem Many-One reduzieren. Warum das so ist, werden wir in Kürze sehen. Das kommt in einem der in Kürze folgenden Videos. Gut, lassen Sie mich nochmal kurz zusammenfassen, was ich in den letzten Videos so erzählt habe. Zunächst hat man noch ein bisschen über Loop-Programme gesprochen und gesehen, dass die fast alle praktisch relevanten Probleme schon lösen können, auch wenn sie noch nicht Turing-mächtig sind. Und wir haben gelernt, dass man universelle Turing-Maschinen haben kann, dass das Halteproblem unentscheidbar ist und dass man durch Reduktionen sehr bequem solche Unentscheidbarkeiten zeigen kann. Also wir haben gleich noch ein unentscheidbares Problem mit dem Y-Halteproblem nachgeschoben, ohne dass ich da allzu viel mit Diagonalisierung oder, ja gut, BZB war ja ein ähnliches Argument. Und auch selbst das war ein längerer Beweis, hantieren musste. Also ich hatte diese Dinge doch relativ schnell zeigen können mit der Reduktion. Und damit haben wir also diese beiden Arten von Reduktionen, die werden wir auch in Zukunft noch einige Male antreffen. Als nächstes möchte ich noch ein bisschen mehr über Semi-Entscheidbarkeit reden. Darüber haben wir noch nicht gesprochen viel. Ich hatte jetzt über die ersten unentscheidbaren Probleme erstmal geredet. Ich frage, was davon ist semi-entscheidbar und wie. Und dann lernen wir einiges von Emil Post an unentscheidbaren Dingen und nochmal ganz viele unentscheidbare Probleme von Herrn Rice, der uns da auch nochmal begegnen wird. Das also in den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.